Das ist die Seepüstelrunde. Let's go, B. Hallo! Hey Flo, du bist auch noch da. Nee, nee, genau. Ich war immer schon da. Wir sitzen da auch im Zauber, Mann! Deine Video ist zu 60% hochgeladen. Lass dich doch nicht immer holen. Gibt's hier noch ne gute Waffe? Schön, dass keiner plantet. Doch, plantet eh. Wer beruhigt dich, Mann! Komm mal wieder auf den Teppich! Auf was für'n Teppich sitzen wir? Warte, ich auch nicht. Der gibt mir den und dieser Missgeburt! Alles in Ordnung. Ja, der Andreas hat wieder die Hex an. Hex konfrontiert. Ich bin MVP in... Warum hast du das grad gesehen, oder was? Ja, Alter, Andreas, das war Hack pur. Global Surf. Oh, Carrot. Schon wieder der Andreas. Ja, immer. Die anderen sind doch immer bei mir gemutet. Gutes, wenn man das nochmal machen muss. Was ist der MG8, Alter? Ihm MG8. Vielleicht Mark8. Vielleicht Mark8. Die 8. Oh, jetzt hab ich Fakten zu kaufen. Danke, Leute. Sorry. Aua! Da waren zwei. Ja, ich bin grün. Ich bin made von dir. Weiß. Ich hab durch meinen Schuss gelaufen. Ich hab erst sieben Schuss verbracht, Alter. I'm sorry, Bro. Nee, jetzt bist du spät. Okay, dann nicht. Nein, ich... Er hat sich genau in dem Moment umgedreht, wo ich hinter ihm war. Ey, nächstes Mal knife geteilt. Easy Carry 4-0-0. Also jetzt geht wieder hinein. Easy 2-2-0. Easy 4-0-0-0. Also jetzt 4-0-0. Will wer... Nico? Hä? Passt schon, hab ich schon noch kaum. Dafür willst du deine MP7? Ich hätte Nein gesagt. Let's go, my brothers. Ja, Bombe geht B, richtig. Oh nein, was? Damit kann doch keiner mehr entspielen, Mann. Mit was? 4-90. Nimm sie jetzt. Naja, ich hätte meine MP7 gegeben. Ich hätte meine MP7 gegeben. Weil ich hätte mir dann eine AWP gekauft. Nimm sie jetzt. Das hat keiner weiß. Jetzt mal gucken, wie schön die in den Kopf kommt wieder rein. Alter, der gibt einen Headshot von da hinten. 75 in 5, einer kommt durch. Der andere hat hinten 75 in... Oder ne, das war schon Andreas. Nico, ich bin on-spot. Aua, Aua, Aua! Aua, Aua! Aua, Aua! Ahaha, 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 ahaha! Das sind die coolsten Leute, die wenn sie angeschossen werden noch schreien. Hu! Ah, genau, einer sieht nur. Einer sieht die. Wenn nicht einmal, ja. Eiii lollo. Eiii. Eiii, komm, links von dir. Links. Flop. Und der andere rechts. Nice, Headphones. Jetzt hat er eine AK. Musik aus und sound an 59 und 2 Das geht sich aus, warum? Nein, brich ab, brich ab, bitte für mich. Jetzt habe ich kein Geld mehr, alter, das ist wieder so Also wer will eine Awe? Gib Awe, gib Awe, gib Awe, gib sie mir, gib sie mir, ja, scheiße, okay, dann gehst du lang, verstehst du gut Geh du mit der oder so, auf der anderen Seite der Welt steht ja Gut, aber du machst das auf lang, weil du hast den besten Spot Willst du auch was? Gänz mich an Nico Oh, ich hab, ich hab Gänz mich an Nico Oh, die Forest ist geil Kannst du mich nicht nehmen? Kauf sie dir, ist nicht teuer Acht Euro oder so Ja, ich raus Ein blauen Spot Einer steht um die Ecke Ah, einer ist noch Mitte Günter Short, komm War bei der Box ist ja Ja, ja, Blenden Schon erledigt Was ich auf zwei Klinge getötet habe, er hat auch eine Blendengranate geblendet war, alles klar Will, wer braucht noch mehr was? Der vorhin gespendete Ah, Nico, gehst du, gehst du auf B oder soll ich auf B? Geh du, eigentlich ist es wurscht, wir stehen beide scheiße Ja, ja, wir stehen beide gleich Ich geh mit der G-Dubi Ja, ich geh Okay, warte, ich geh lang, weil keiner lang will Ich probier's Ja, das bot ein Scheißes Äh, aufpassen auf Pitniko Einer Bei drei Einer statt, einer statt der Lauer-Tankpass Da ist keiner Lauer reingesammt Da ist ne scheiß Mücke auf meinem Visier, Alter Einer down Ich geh jetzt zur Mitte Kein Durst, der... also ich... krass Ah, dieses Timing, Mann Okay, nice Ist noch einer Oh, zwei AP Danke, Mann Bitte Einer ist lang Nee, der ist lang CT oder Seite Der ist hoch auf Alter, dann kann der erst... Bitte, Kampen Mann, Alter, ich krieg grad gar nix zum Treffen, Alter Ich bin grad richtig scheiße Nico Nico, schau mich an 111 Ja, ich hab's schon gesehen, jetzt steh ich gut für Langs Und Nico, du wirst richtig selber Flo Ja, ich bin richtig scheiße grad Geh einfach nur geradeaus, bitte Geh einfach nur geradeaus, da Richtung Lang Oder kann ich direkt auf A gehen, auf B gehen Kann auch zurückgehen Mann, du Pisser, Alter Einer sollte Lower Carter schauen, bitte Boah, boah, Alter Tim Kein Einer pusht Einer pusht Einer steht, äh, Dennis, einer steht hinten Bei der Box Links Okay Äh, ich bin im Pit Einer ist Short Einer ist Short, er hat nicht ne A Ne, Flo, Flo, bitte Geh einfach lang Geh einfach schnell noch lang Geh einfach schnell noch lang Es sind zwei Leute Lower Carter gewesen Ja Könnte Short kommen Die konnten Short kommen, ja Mit nicht ne A Die kommen safe call Short Einer hat noch 50 Nico, schau lieber lang Einer steht in der Mitte einer Short Den hab ich gesehen Okay Er hat sich die A bo geholt Ein bisschen safe, Leute Safe und Sieb spielen Ich glaube einer kommt immer lang Bleib einfach da stehen Nico, oder so Los, schau lieber auf kurz Weil du hast kurz besser Oh, das ist safe, einfach. Das kann auch sein. Ja, get safe, get safe, 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 safe. Die Granate noch mitnehmen. Ja, alles was man bekommt. Schön, Leute. Ähm... Jawoll! Das ist gut für Beni, komm. Ja, ich gebe... Ja! Ja! War's oft satt? Hier, dann kann ich kurz pinkeln gehen. Ja, mach schnell. Ähm, Gerhard? Oh. Oh. I got it. Ja. 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 Ich weiß nicht, ob ich den versuchen soll zu holen. Nee, nee, mach's nix. Wo, 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 wo? Robin! Gut. Warte, lass mich vor, lass mich vor. Bis klar. Hey, guck auf's map. Hab ich grad auch gesehen. Glaubt ihr, ich seh ihn nicht, oder was? Wund, das wär mir egal, wenn ich dich killt hätte. Wen willst du killn, Dennis? No. Ach so. Ist doch klar. Ah, Nico, du gehst lang, ich gebe dir. Ja, ich geh lang. Schön. Okay, drei Freak Barats. Ziehen wir uns hier komplett. Ich geh lang und hol mir die... Geh an, Drian, um das Sterben zu sehen. 2B. Einer zum zurück, einer B, einer mitte. Ah, da ist mal durch, der ist Piz oder so. Danke. Nein, er hat mich erwischt, Alter. Nein, er hat mich erwischt, Alter. Alter, ich hab, warum ich schütte die Bombe? Okay, dann guck ich auf's. Wo war der, Nico? Der ist, äh, Double Doors auf lang, da. Also, irgendwie will der B mich irgendwie nicht picken, oder, keine Ahnung. Ah, der CT mit der A will auch nicht. Okay, der ist auf lang, sei. Eieiei. 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 Eie, also Piz. Ich will nicht sagen, dass ich nicht picken, die Leute. Ja, aber, der ist auf lang. Da ist noch vorne an der Aave. Da ist noch vorne an der Aave. Picken hat der Mitte nicht gepiekt. Ach so. Wo ist der letzte? Der ist lang mit der Aave. Der pickt mich aber gar nicht. Der ist neben Pit. Ach so, neben Pit ist der. Nein. Nicht gebrochen. Danke. Ja. Ey, da wollte ich schon wieder zu viel, man. Da wollte ich es schön sick machen. Ja. Und dann sowas. Boah, ich bin, hab zu viel Geld. Also meine KT lässt für mich sprechen, glaube ich. Hier sind zwei, läuft die mir. Ja. Pff, ich weiß nicht, was ich spüren soll. Pistel. Ähm, mach mal Shotgun. Lol, ich bin Golden Over 1, ey. Jetzt darf ich's auch. Wow, Alter. Ich treffe den nicht. Keiner Rush. Schau dir nach den Lower keiner an. Ich hab nicht mit dir geschaut. Falt vor Schnapper, Tom, nur einer Slower. Einer, einer könnte lang kommen. Boah. Sehr schön. Sehr schön. Noch eine Mute. Sehr schön. Letzter kurz, letzter kurz. Geh mal lang. Lang, 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 lang. Okay, nice. Sehr schön, Hex. Nee, das habe ich nicht gemacht. Das habe ich nicht gemacht. Oh. Das war Glück aus Verzweiflung, wa? Das war... Ich konnte... Digga. Das war einfach nur, ich schieße einfach mal. Vielleicht treffe ich was. Ja, genau. Ja, genau. Nee, aber das habe ich jetzt nicht gemacht. Das habe ich nicht gemacht. Ich werde gepusht. Ich sehe sonst kein Ausweg mehr. Ja. Aber ich fand das jetzt geil. Also, ich fand das jetzt gerade mega geil. Überhaupt, alle beide sind mit. Sie versuchen uns zu pushen und wir kriegen die alle easy. Einfach nur so schrecklich. das nach. Tunnels, einer. Tunnels, Tunnels. Bakiniko. Tunnels 2. Boah! Bist du beperrt mit einer D-Grillner Headshot? Wo, 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 wo? Wo ist der? Hinterfachs. Mann, das gibt es doch nicht. Lol. Er gibt mir... Ja, er gibt mir Instant Headshot. Kann ich nichts machen. Komm, was klatscht, du. Wir glauben an dich. Du bist die Beste. Einen Tunnels. Einen Tunnels. Oh, was ist denn das für eine coole AWP, Alter. Bobos kennst du dich nicht? Nö. Ist das der Gamma-Kiste? Aber ich hab... Wie viel kostet die? Ich hab auf CT 20€ mit der... Uh, die kauf ich mir. Aber ich glaub, die ist Battlescard. Aber die ist geil. Ich hab auf CT die Redline. Ähm, Sophie. Einer war 20hp. Einer war... Lower Carter soll so... Einer Mitte und einer wieder auf B sein. Wie ist der jetzt da? Riti, trocken wir. Da hinten sind Schuhe. Zum Sommerschlussfraß. Weiß. Hol sie dir die Schuhe. Jetzt ich. Das sind... Was machen die da auf? Hinter dir. Jetzt ist sie gemacht. Der letzte kommt auch noch von links. Nice. 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 Try my friend. My friend. Mein digger Homie. Oh, my friend. Das sagen die Russen. Mein Bruder. Ich hab die AWP seit zwei Tagen. Und ich hab jetzt schon 82 Kills auf der AWP. Blau, blau, blau. Ich hab meine AWP auf CT Seite seit anderthalb Monaten ab 3200 Kills drauf. Blau, hast du mein Geschenk angenommen? Ne, hast du. Warum haben wir so viele AWP im Team? Das hat sie bekloppt. Jetzt fangts schon wieder zum Trollen an. Was haben wir aus Drohnen gelernt? Einer, einer. Einer furcht lang. Guck mal hier noch. Flo, Flo rastet aus. Einer ist Mitte. Flo chill einfach. Sei nicht zu hektisch. Guck mal lang. Einer Tungles, einer Mitte auf jeden Fall. Das gibt's doch nicht. Also als ich Mitte runter bin, waren zwei Mitte mit AWP. Ne, das tust du jetzt nicht Flo. Was? Wäre das jetzt ein Headshot gewesen? Ne. Komm schon, das schaffst du. Das Problem ist, das sind zwei AWP. Ja, aber wenn zwei da sind, versuch doch lang zu pushen mit der AWP. Ja. Ja, einer ist auch lang. Eine lang. Aber wenn du rein spielst, dann ist er mit Sicherheit ohne. Ja, eine lang AWP, ja. Ja, wie er meine AWP aufnimmt, Alter. Wie so ein Dieb. Oder... Das einzige, was ich mir noch vorstellen könnte, ist... Oh, das waren Sie. Entweder machen oder saufen. Alter, saufen. Okay. Daneben, Flo. Komm, streng dich an. Der steht ja nur da. Der macht nichts, Flo. Ah, dich gekühlt. Ja, ich zum Maul, Alter. So schön, nur. Bist der Ball, Alter? Ja, B, geht's ja auch nicht. Die AWP-Skills hab's auch noch nicht abkriegt von mir. Lang, 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 lang. Ah, wenn man dann dreht so viele Punkte. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. So, wie steh ich? Steh ich gut für lang, naja. Ich steh gut für B auf jeden Fall. Aber, Alter, gibts mir nicht da und die Bombe. Ich mein, mir ist wurscht ich kaltes mal, wenn ich sterbe. Rägt sich bitte keiner auf. Ja, gut, dann hab ich sie jetzt. Wenn ich sterbe, ist mir scheißegal. Ruhe. Komm, Slot. Bitte. Das geht mich an, Alter. Warum lagts wieder bei mir, Alter? Das ist genau am Match anfangen. Genau auf die Sekunde, wo ich rennen darf. Gutes Internet. Lass, lass auf. Oh, ich steh gut für lang. Ich koch ab jetzt hier. Ich renne B. Das war doch das Internet von uns am grünen Typen. Der tut ihm war B. Noch nicht mal ein Dank für's schön, Blau. Gute schön. Heißt schon. Ein AP steht da noch. AWP, Gute, zwei Mitte. Wow, 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 wow. Das sind zu viele auf B, Alter. Ich geh wieder zurück, Rückzug. Mitte ist eine AWP. AWP down. Einer Onspot, Low HP. Anderen sind auf B, mehr oder weniger. Ja, zwei Leute sind auf B. Geht's auf lang, geht's auf lang. Ich geh auf lang. Ich renne um mein Leben auf lang mit meinem kleinen rostigen Messer. Ich möchte jetzt nur nicht sterben. Ich blente. Wir haben's geschafft. Ausdauerlauf heute auch erledigt. Wir haben's gedeckt. Wir haben's gedeckt. Nein. Oh. Einer Window. Nicht ticken. Und einer Lower Tunnels. Okay. Einer Lower Tunnels und einer, ja. Short, komm. Fertz, komm's. Ähm, Gerald. Was? Ähm, Dennis hat den, äh, das Video schon. Nein! Ja. Er hat's gesehen, hat er gemacht. Ja, ja. Ich hab's nämlich schon geschickt gehabt. Okay, was? Er hat schon gesehen. Und das zweite. Boah! Der steht um die Ecke. Das war wieder auch von mir so schlecht. Wer hat meine AWP gesicht? Sophie. So. Krieg ich meine AWP, bitte? Ähm, Flo, spielst du deine AWP? Dann halt nicht. Ja. Ich zeig dir den Rücken. Sehr, sehr großzügig. So. Ich muss die Bombe aber umsetzen. Nein. Ja, Andreas braucht noch ein paar neue Punkte für seine Schule. 3B. 3B? Ja. Einer Mitte. Linke Seite. Einer in der Mitte Seite, danke. Da, da, da. Alter, 30 AP. Mittellinke Seite, 30 AP. Schön. Einer von hinten. Einer von lang. Und einer von lang. Einer von unten. Whoah. Meist du treffert. Herr der hat mich! Einer von unten. Gibi. Gibi. Naja. Spann. Warte, beim nächsten Mal wiss hier nicht an! Ich hab nicht gesehen! Scheiße! Wiss hier nicht an wiss hier auf so einer Distanz. Ich hab mir aber erst nicht gehört. Muss mal nach oben. Der letzte Lower Cutters. Der letzte der Herdse abzüg. links ok der molly der war unnötig aber ist bestimmt hinten rechts und da hat er dich ich hätte gesagt ich hätte gesagt wir machen jetzt eine eko rush auf letzte runde so letzte runde okay dass wir einfach jetzt ja alle bier raschen lassen wir uns bieraschen ich gibt nicht vor kauf eine smoke lasst wieder granate auf A und dann gehen wir B in solche noobs halt ja die fallen sogar drauf rein geht ihr rein und ich gehe in mitte zu B Achtung schlager ich habe ihn einen headshot geben hinter der smoke rein 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 ein on-spot bombeblenden leute ich habe die bombe ich brauche die punkte und das andere video ist sogar noch lustiger aber du hast es gesehen das andere video siehst du wie trick mit einer konfigur down geht ja ich habe das zweite video noch nicht ja ich weiß das zweite video muss ich jetzt hochladen nico key city nico key city nico key city war gerade city Ja Flo, du Spielverderber. Alle Reporten jetzt den Flo. Okay. Melden. Behindertes Spiel. Danke. Ich gehe einmal B. Ich gehe jetzt mal B. Ich möchte. Nein, ich gehe jetzt lang. Nein, ich habe mich verkauft. Ich gehe jetzt B. Ah, ah. Ich gehe mit dem Waschen. Oh mein Gott, du bist der Rettor. Du bist der Rettor. Okay, ich mache mit. Ja, ich mache mit. Weil ich habe jetzt eine Granate gekauft. Die möchte ich schon reinschmeißen. Die Fische sind eh weh. Nein, das wird auch. Das wird auch. Einer ist weg. Ja, die sind durch. Die sind durch. Hört, schaut. Oh, es ist dieser. Oh mein Gott. 40. Einer hat noch 15. Sie haben die Bombe auszeit lang. Die gehen mit Sicherheit weh. Weil die pushen noch rein mit der Bombe. Ja. Da ich verspringen gegen die Easy Noobs. Achtung, Nico, nicht das ist der. Warum lade ich nach. Der ist der letzte Nacht. Ist low. Ist sehr low. Ich möchte nicht sterben. Geht's hoch? Ihr seid zu zweit. Jetzt bin ich rausgegangen. Geht's, 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 geht's. Weil Nico dir nicht zu viel lieben. Einer geht über, zieh's von. Da ist er. Ich habe es so gewusst. LOL. Da hat er euch genutzt. Boah, so Noob over 9000, alter. Aber das Beste war ja, wie er Flo instant den Hatchet gegeben hat. Blo, kannst du mir eine Scout legen? Hier, neben dir. Links. Der ist tot. Oh, nice. Oh. Ist hinter Mitte zu... Oh, nice. Euloi. Wallhack incoming. Einer Mitte. Also, jetzt was du. Boah, ich habe ihm einen Hatchet gegeben. 65 in 1, alter. Ah, ein auf lang. Hat die Bombe. 65 in 1. Ja, ist so lang. Hat ein Hatchet schon passiert? Wer ist da so, so skrupellos? Ah, grün, Schau, bitte bitte Mitte. Jo. Danke. Jetzt so lang. Oh mein Gott. Das war so schlecht. Noch einer lang. Nein, das war gut. Da kommt der eh nicht durch, Mann. Hoffentlich. Außer ich bin so schlecht und trefft er nicht. Okay, ich bin schlecht und trefft er nicht. Dann die hinter der Bock. Da geht zum Schuss. Ne, geht da nicht. Nice, Steam. Normalerweise sollte ich dich killen, alter. Warum? Ich habe dir nichts getan. Ja, das bin der. Du. 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 Kleiner, ver-fickter, oder? Du hast ja schon erst fünf Kills und dann haupt er noch mal einen Minus rein. Als es nicht läuft. Der hat so mit ernst so wenig Kills, Alter. Der hat meinen Respekt, der Kerl, alter. Aber das Beste war immer noch, ja. Die schmeißen... Und dann wundert er sich, dass er Goldnummer 1 ist. Ja, ist so. Ey, sein Leben ist noch jung. Ich wusste noch nicht, wie viel HP du hast. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich soll es einfach lassen. Läuft es halt einfach nicht. Klopp nicht. Den habe ich angehittert. Wieso, du bist besser als sich. Natürlich läuft das. Schau, oh Mann, wie verkrüppelt der Teil liegt Andreas. Ich will es mal aufhören zu steppen, damit ich es hören kann hier. Nö. Einer ist mit der Close. Oh, die Diva, ey. Das ist noch an den kommt, der kommt, Nico. Ne, der kommt nicht. Warte. Der ist da aufhörig. Nicht da. Okay, kalt. Ich will nicht wissen, ob der kommt. Ich auch nicht. Die arme Tür, die kann noch nichts dafür. Aber die ist robuste, die bist du deppert. Irgendwo wurde rausgeflascht. Ah, Mitte, Mitte, Mitte. Der letzte Mitte. Bist du mit der... Ach so. Nico, was machst du? Ja, ich habe gedacht, wir sind Terroristen. Das... Das passiert mir öfters, dass ich gerade die... uns vertauscht, da weiß ich gerade nicht, wer. Ich bin nicht. Das ist gerade nicht wirklich passiert, oder? Oh ja, das ist gerade richtig passiert, Mann. Ja, das darf doch mal passieren. Ich habe Nico sogar zugeschaut. Ja, schmeißt halt alle die M4 weg. Wir spielen heute schon so lange auf Duster, Andreas. Da darf mir das nach ungefähr vier Stunden einmal passieren. Ne, darf mir nicht. Wir spielen tatsächlich so lange auf Duster. Hä, warum haben die einen Bot? Ja, weil einer Strafzeit. Ach so. Es geht, es geht, es geht. Es geht, es geht, es geht. B? Oh Gott, einer, zwei noch auf B. Einer B. Wo ist der andere? Der ist aber auf B. War B. Mann, nimm das! Ohne Spaß. Hätte ich denen... Hätte ich denen jetzt ein No-Scope gegeben, das wäre eh nicht gewesen. Nico macht lieber mit Leichen. Jaaa. Nein, der war noch am Leben. Der hat noch geatmet. Oh mein Gott. Was? Was? Ja. Warum hast du den AK? Hast du die AK gekauft? Warum mein Gott? Dennis... Dennis will so einen Headshot. Ich bin hier auf CT-Seite, weißt du? Cheats. Nee, Dennis weiß ganz genau, dass er normalerweise einen Headshot bekommt. Wenn er sich einen Autosniper kauft. Normalerweise. Ja, komm her. Boah, bist du deppert, Alter. Was ist da los? Das war... Das war unser Teamwork. Das ist ein Massaker auf Long. Nee, was ist mit denen falsch? Das war unser Teamwork, Alter. Bist du deppert. Das müssen wir gleich nochmal machen. Du, hey, hey. Ich hab doch gesagt, es sterben alle. Hab ich ja gesagt. Sterben alle. Wo ist denn der? In den Smoking, wo? Das ist ein Smoker. Er ist schon oben. Er folgt ihn. Scheiße. 40 HP hat er noch. Los, los, los. Minus 45. Was ist denn da drin? Was? Dann hat er noch 2 oder 3 HP. Wo ist denn? Von mir hat er 53 kassiert. Andreas, führst du mal den grünen. Das ist ein Autosniper. Ja, ich hab mir ja damit gemacht. Wo ist dennis? Der steht genau da hinten. Also mit der Nate-Auflagen hat einer 41 gekriegt. Eine 53, eine 68, eine 64, eine 33. Das war gut, die Nate. Ja, komm, das machen wir gleich nochmal. Naja, wenn die alle reinpushen. 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 Und einer ist mit Molly stehen geblieben. Den hab ich vor mir. Das war... Das war... Ja, sie hat ihn nicht durchlassen. Sie hat ihn wieder zurückgestoßen. Das ist B. Ja, B. Die steppe da, brennt's da drinnen. Hä? Ich glaub, zu demnächstin wir kein zweites Mal. Naja. Einer top, Mitte. Sag man, danke, Dennis. Nein. Weil ich den Arsch gerettet hab. Nein. Der ist tot. Ey, ich hab noch zwei Hockey. Danke. Ey, ich halte, ich hab genug Kills halt von daher. Achso. Der letzte... Wurde aus der Map entfernt. Der letzte versteckt sich irgendwo. Nein. Hast du sie weggeworfen, oder was? Ja. Ja. Über die... Über die... Nein, den wollte ich noch haben. Du weißt, der Unterschied ist, Dennis, ja, dass mich der eine Kill nicht stört. Ja, mir auch nicht. Er kauft sich schon wieder Autosnapper. Irgendwer muss ihn töten. Irgendwer muss ihn töten. Hey, willst du meine Autosnapper? Die hat die coole Aufkleber. Alter. Oh, wie schön das tut. Was ist los, Dennis? Ach, Mensch, was ist denn da los? Mein Dress auch mit Autosnapper. Das war so klar, da gucke ich einem... Einmal. Double Autosnapper, ich seh. Wo sind denn? Nö. Ein Arsch. Ach, f*** dich, Mann. Einer mit der Low HP. Leute? Einer mit der Low HP. Ach, du regelst das schon. Einer hat 50 HP. Ja, du hast meine Autosnapper. Okay, die sind alle Low. Der eine hat 19 HP, der andere hat 40 HP. Okay. Einer 50. Ja, so, so. Ja, ist ja okay. M-L-G. Darf ich erstmal mein Ei hier legen? Danke. Hab ich da gerade angesehen? Okay, jetzt lasse ich einfach alle. Sag die Waffe mal her, drück F. Ne, man drückt nicht, die schaut scheiß aus. Hm, warte mal. M-L-G. Das ist ein Souvenir, oder? Warte, warte. Ja, Souvenir, ja. M-L-G. M-L-G. F3. Wer ist denn da vor? Flip, Side Mouse. Was? Und sie geht in vorne los. Drei, zwei, eins, und du bist weg vom Fenster. Mit Ansage. Das war so spannend. Mir geht sich genau eine AWP aus, jetzt geh ich nicht hin. So, jetzt wollen wir wieder bis 1514 und dann... Nein, Alter, Alter nein. Wir machen das jetzt so, wir machen das jetzt so. Ich smoke, bitte, jeder holt die Granate und geht lang. Ach du hast nichts zu melden. Du hast nichts zu melden. Du bist neu. Du hast nichts zu melden. Du bist neu. Warte, wer hat das gerade gesagt? Wem muss ich den Hedger drücken? Der Grünen. Ah, den Grünen. Ne, 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 den Gelben. Das ist, ah. Ist gar nichts halt, da alle Leute sind am Peaceborn. Nein, das gibt's nicht, was machen wir Leute. Hört so auf damit. Wir trollen wieder. Alter, wenn's ihr mir schon wieder am Sack geht, ich bring... Alter Leute, die haben einen Bot. Ja, ist es nicht. Nico. Doch schön. Ah ne, guck mal. Und dann alle mit Autosniper irgendwas waschen. Nico, solange du nicht erster bist, können wir eh nicht enden, ne? Ah ja. Ich hab gedacht. Ich hab daran gedacht. Jetzt hol ich mal alle, Alter. Alle. Ja, mach mal alles, los. Jetzt haben die die Autosniper. Ähm, Sophie. Boah. Das ist ein kleiner Unterschied, weißt du? Die Pistolen, die sind viel effektiver, siehst du? Nein. Eine AK. Oha, das war aber mein Kill. Nein. Mach, wie du dich glaubst, Mann. So sieht's nämlich aus. Ist das nicht Negev? Ne, doch nicht. Ah, das bringt sie um. Bringt sie alle um. Über dir. Was? Boah, der Negev da war richtig. Minus 30. Minus 30. Mann, Andreas, was machst du, Andreas? Das ist schon 15 in 1 hab ich den gegeben. Herr St, Andreas, wir müssen noch den Ton rausschneiden von deinem Video, gell? Warum? Ja, wenn wir das einmal geben, zum Beispiel. Ja, das ist mir scheißegal. Ja, aber wenn er die Stimme hört. Ja, und? Was? Nein, so sinnvoll. Ja, ich kann es rausschneiden, wenn es liebst. Das wäre toll. Ich habe mir nur Waffe bekommen. Immer wieder mit den größten Noobs hier im Team. Niko, du bist nicht mehr. Gibt es sonst nur Probleme und so, verstehst? Aber wir gewinnen doch einfach sein Problem. Alter Andreas, du kleiner Wichs. Bist du nicht verarscht, Andreas? Kannst du das nicht... Bist du bin es 35,15, Alter. Konntest du das nicht vorhin schon machen? Nee. Report, Win.